Heute werden wir hauptsächlich ackern und morgen zeigen wir euch dann was da bei dem Ackern bei rumgekommen ist und wo wir Problemchen hatten und wo was reibungsfrei gelaufen ist. Viel Spaß beim Video. Haben die zugesagt jetzt von gestern? Die wollen die Wohnung haben, ich war heute im Mietvertrag unterschreiben. Wir wollten zwar erst einen Mietvertrag nur haben, dass sozusagen die Frau mit den Kindern einmacht und die Freundinnen und eigenen, aber wir wollen auf jeden Fall einen Mietvertrag auch beide, weil sonst könnte einer den Mietvertrag kündigen und dann hätten wir da nur die Frau zum Beispiel gehoren, kriegst du ja nicht neu vermietet, den einen Anteil. Und die obere Wohnung jetzt? Die obere Wohnung. Perfekt. Das trägt 150 Kalt, das trägt auf jeden Fall die komplette Kosten. Das ist schon ein Gewinn. Mit der oberen Wohnung läuft das schon ein leichtes Gewinn. Was haben wir Rat? 400 Euro glatt. 400 Euro glatt. Perfekt. Die Rücklagen und die Rate ist gedeckt. Was machen wir heute? Alles. Alles. Auf jeden Fall werden wir heute was trinken. Ja. Alkohol? Nein, Wasser, Alter. Wasser. Ist dir das nicht aufgefallen gestern? Doch. Wir haben gar nichts getrunken. Wir haben gar nichts getrunken. Doch, ich habe glaube ich einen Schluck getrunken. Und du hast uns nicht Bescheid gesagt? Ja, ey. Was ist denn? Ich mache mal die Armatur wechseln. Oben dann eine Waschwecken, was da mitten im Flur steht. Laminat verlegen. Ja. Genau, Laminat verlegen. Und du machst die Drecksarbeit, ne? Und du machst die Drecksarbeit, ne? Und du machst das alles, die Drecksarbeit und die Drecksarbeit in den Flur ist. Und beim Edu hat sie die Batterien leergegangen. Die Zeit nutzen wir jetzt aber mal, um hier eine Bestandsaufnahme zu machen. Jetzt zeigen wir euch mal, was wir bis heute geschafft haben. Edu hat das Maura-Dekolleté besser. Tu mal hoch, Junge, damit ich filmen kann. Maura-Dekolleté ist aber auch was Feins. Und? Bist fertig jetzt gleich mit dem Raub? Ja ja, nur noch die Lenkzeiten, aber dafür brauchen wir Kreissäge und die sind noch nicht gekommen. Aber bestellt. Oh, das sieht schon tausendmal geil aus. Ganz gut aus. Ja. Hier hat der Thomas diese Duschwein festgemacht. Und was noch? Das neue Armatur dran gebaut. Ja. Und hinten die Rohre gestrichen. Ja. Perfekt, ich muss ein bisschen aufpassen, damit ich hier dran komme. Neue kleine Hähnchen dran gebaut. Ja ja, hab ich schon alles gesagt. Und was machst du jetzt? Ich hobel die Tür ab, Mann. Weil der Edu hat da so dick Laminat gelegt. Ach so, okay. Und dann... Ach so, ist das die Tür da? Jo. Ich hobel jetzt die beiden Türen ab. Das sind, glaub ich, hier die einzigsten Türen, die wir abholen müssen. Ja. Und ich hab hier bis jetzt diese verfickte Treppe geschliffen, Mann. Was echt viel mehr Arbeit ist, als ich gedacht hab. Aber scheißegal, muss man machen. Jo. Das stimmt. Scheißegal, muss man machen. Boah. Jo. Das geht wieder. Ja. Wird wahrscheinlich... Der Flur auf jeden Fall heute noch Laminat fertig gelegt, denk ich mal, ne? Ja. Und dann schauen wir mal, was wir noch schaffen. Genau. Also heute hier auf jeden Fall noch den Flur. Und die Treppe wollten wir heute einmal streifen... Ey, bin ich schwarz im Gesicht, oder was? Ja, du hast streifen, schwach. Hammer hart, Alter. Das ist echt hammer hart. Ja. So, darf ich Krach machen? Ja, ja. Mach rein. So. Ey, wir müssen das Video noch abschließen, gerade. Edward, läuft noch? Ja. Ihr habt jetzt gestrichen hier, oder was? Das ist immer noch, ne? Ist gleich fertig. Der Elektriker war gerade da. Wir haben jetzt abgeklärt, was wir mit der Elektrik machen. Wir setzen halt den Zähler, der da im Flur ist, eine Etage tiefer, dass wir an die Elektro-Sachen quasi rankommen, ohne in eine Wohnung reinzugehen. Ne? Das ist jetzt das, was elektrisch ist. Das hört sich so wenig an, aber ist schon halt im Prinzip so der Löwenanteil hier, was gemacht werden muss. Kostentechnisch auf jeden Fall, ja. Kostentechnisch auf jeden Fall. So. Und, was sagt ihr heute zum Tag? Wie viele Stunden haben wir gearbeitet heute? Da ist ja gute Frage. Keine Ahnung, wie lange war das denn? Wie viele haben wir hier von sieben, ne? Ja, gut, wenn wir ein paar mitrechnen. Ja. Weiß ist doch ein Zimmer schon mal. Nix geschafft, ne? Nix doch. Ich finde, wir haben viel geschafft, Mann. Ja? Ja. Der Mike hat sich nur den ganzen Tag mit der Treppe beschäftigt. Ja, ich träume heute auf jeden Fall von der Treppe hin. Wolltest du das auch weiter arbeiten, oder? Was? Oder dürfen wir weiter arbeiten? Ja, wir arbeiten. Ja, das Zimmer fertig machen. Ja, das Zimmer fertig machen. Das andere heute auch noch. Was? Das andere heute auch noch weiter? Nicht? Doch. Mir ist das egal, Alter. Eigentlich möglich. Aber ich denke, mit dem Video war es das jetzt erstmal, oder? Jo. Ja, für heute war es das. Oder? Willst du einmal zeigen, wie wir alles geschafft haben? Nee, das sieht man ja in dem Video jetzt die ganze Zeit, ne? So. Oh, fuck, warte mal. Sollen wir gerade Tschüss sagen? Peace, Leute. Bis dann. Macht's gut. Und seid fleißig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.